Die praktischen Fassadensysteme von PipeLife sind eine nachhaltige und zuverlässige Wahl für Installationen in wärmegedämmten Fassaden. Der Montageplattenträger EcoMP dient zur Befestigung von beispielsweise Leuchten, Sensoren oder Kameras. Der Geräteträger EcoGT ermöglicht eine einfache und sichere Installation von Schaltern und Steckdose. Bevor die Wärmedämmung angebracht wird, montieren Sie die Grundträger. Dazu positionieren Sie den Grundträger und montieren Sie die mitgelieferten 8 mm Universaldübel. Diese ermöglichen die kraftschlüssige Befestigung in Ziegel, Beton, Purenbeton oder Bauplatten. Mit einem Einsatzbereich von 5 bis 32 cm deckt der Grundträger alle gängigen Schichtdicken ab. Kürzen Sie ihn mit einer Säge auf die geplante Dämmstoffstärke. Planen Sie beim Ablängen vor der Verlegung 1 cm zusätzlich für die Klebe- und Armierungsschicht ein. Das abgeschnittene Stück ist wiederverwertbar. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle, zum Beispiel in den Pipelife-Niederlassungen. Montieren Sie nun den Grundträger mithilfe der beiliegenden Schrauben an der Wand. Für die Installation des Montageplattenträgers EcoMP montieren Sie die Platte nach Verlegung der Dämmplatten und vor Aufbringung der Armierungsschicht am Grundträger. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben. Nach Anbringung der Montageplatte kann die Fassade komplett fertiggestellt werden. Die abschließende Installation von Leuchten, Kameras oder Sensoren können Sie einfach und sicher durch die vorgegebene Perforierung durchführen. Bei der Installation des Geräteträgers montieren Sie zuerst die Gerätedose in den Grundträger. Nutzen Sie die vorgestanzte Öffnung der Gerätedose zur Durchführung des Kabels. Danach kann die Fassade komplett fertiggestellt werden. Die bereits vorpositionierten Schrauben in der Gerätedose erleichtern Ihnen die abschließende Installation von Schalter- oder Steckdose. Unser Geräteträger EcoGT bietet die perfekte Basis für individuelle Erweiterungen, ganz nach Ihren Bedürfnissen, durch einfaches Anreihen weiterer Geräteträger. Auch der Montageplattenträger EcoMP lässt sich für höhere Lasten oder größere Montageflächen aneinanderreihen und durch die speziellen Montageplatten verbinden. Damit bieten Sie eine stabile Lösung für Ihre Anforderungen.